Es ist fest das Gleiche. Sie werden überhaupt keine Probleme haben. Muss auch nicht langweilig werden, oder? Wir warten bis weg. Das ist so klein wie der Raum. Wir fordern noch zwei Leute ab, oder drei Leute auf dem Boden sitzen, die gerne möchten. Die können einfach hier an der Theke vorbeikommen, sich hinlegen. Wir haben zwei Sticker für mich. Zur Folge natürlich deine Accounts. Dankeschön. Bitteschön. Wo du schon gestern Werbung gemacht hast. Mit der grünen Wadde. Ein, zwei Plätze hätten wir hier noch auf dem Boden. Da komm ich nicht mehr. Alles gut. Alles gut. Wenn du durch bist. Nein, nein. Ich habe immer kurz da. He 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 he. Ganz gut. Das ist aber besser, oder? Ja, das wäre gut. Oh, das ist toll. Ich weiß gerne, wie wir starten nun. Ja, nur starten. Und wie ihr hört, machen wir alles auf Dänisch. Denn ich habe das große Glück, aus dem Norden zu kommen. Und jetzt auch mit einem Dan verheiratet zu sein. Sodass Kathrine und ich zusammen uns ein bisschen durch die nächste Stunde wohlstehen. Auf Deutsch und Dänisch. Herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse. Hey, oh, willkommen. Hey, Leipzig. Keine Kathrine. Wie es schon gut redet, tragt nämlich, dass du Herre aus. Und dass wir noch lebt die Förster schon vorlescht. Ich tschüss, kleine, die Nouveau. Ich habe gesagt, herzlich willkommen hier in Leipzig. Wir sind froh, dass Sie hier sind und freuen uns sehr, dass wir als eine der Ersten aus der deutschen Ausgabe hören dürfen. Hast du schon gestern auf Deutsch gelesen? Einmal, ja. Das heißt, wir haben ein bisschen geübt und jetzt sind wir bereit. Oder? So ist es. Genau. Schön, dass du da bist. Wer dich nicht kennt, du bist gebürtige Kopenhagenerin. Du bist immer noch ein Kopenhagen und du hast wahnsinnig viele Talente. Du bist quasi das Multitalent der dänischen Literaturszene. Du warst professionelle Tänzerin, Choreografin, Musicalregisseurin, Schauspielerin und hast dann 2016 mit Krokodilwächter dein Debütkrimi geschrieben. Der auch gleich ausgezeichnet wurde, nominiert wurde, in die Bestsellerliste kam und letztes Jahr dann endlich auch in deutscher Sprache erschien bei Diogenes. Und mit Blutmund ist vor gerade einmal zwei Tagen der zweite Band der Krimi-Reihe um Körner und Buchwerner erschienen. Und wir freuen uns daraus zu hören. Wie ist es denn für dich jetzt gleich zwei Tage nach der Buchveröffentlichung hier in Leipzig zu sein? Also vor allem muss ich sagen, ich bin mit dem Zug ins Hauptmannhof reingefahren und aus dem Zug ausgestiegen und gleich verliebt. Also dieser Hauptmannhof ist ja wunderschön einfach. Und das heißt, es war für mich ein guter Anfang. Bei uns in Kopenhagen ist es immer noch sehr kalt und der Winter will nicht aufhören. Und hier gibt es Frühling. Das heißt, ich fühle mich hier ziemlich wohl schon. Und wie gesagt, habe ich mal vor 1000 Jahren eine Ausbildung in Deutschland gemacht. Und es fühlt sich immer so ein bisschen an, als wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, bin ich ein bisschen zu Hause, wenn ich das sagen darf. Und hier in Leipzig auch. Wunderbar. Du sprichst ja auch fantastisch Deutsch. Ab und zu. Also ich muss Sie warnen. Ab und zu erfinde ich Wörter, die für mich richtig klingen, aber die völlig Quatsch sind. Und das heißt, wenn ich das mache, bitte korrigieren. Oder wir klauen die Wörter einfach und benutzen sie auch da auch. Können wir auch machen. Magst du uns etwas über das Setting erzählen? Dein zweiter Krimi spielt in der Modebranche. Darf ich schon verraten, dass ein berühmter Designer nicht so viel Glück hat. Und wie kommst du auf dieses ungewöhnliche Setting der Modebranche? Das ist jetzt nicht das typische Krimi-Setting, muss ich sagen. Und ich hatte erst ein bisschen Angst, dass ich dachte, Uh, Modebranche, vielleicht ist mir das ein bisschen zu kitschig. Und es ist es überhaupt nicht. Also man muss kein Modefan sein. Die Modebranche wird auch mit sehr viel Humor gezeichnet. Man muss viel lachen. Ja, gut. Das war ja auch meine Intention. Ich habe als Choreografin durch zehn Jahre ganz, ganz viele Modeshows in Kopenhagen gemacht. Und ich habe mir immer diese Szene angeguckt und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Also diese Leute sind so schräg und so fantastisch irgendwie. Ich muss irgendwann mal eine Geschichte über sie schreiben. Und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Und ich habe von vorne ab gewusst, es wird ein bisschen gefährlich. Denn Leute denken, Mode, Szene, das ist oberflächig. Das ist irgendwie, ja, kann man nicht ernst nehmen, oder? Aber ich hoffe, es gelingt mir, diese Szene lustig darzustellen und auch ehrlich. Wobei, ich habe einige von dem Charakter etwas runterziehen müssen, damit sie nicht so schräg waren wie in der Wirklichkeit. Sonst wäre es einfach zu viel gewesen. Und das ist tatsächlich so. Und ich muss auch zustehen, ganz viele von meinen alten Kollegen von dieser Branche haben sich im Buch wiedererkannt und nicht unbedingt gefreut. Das heißt, ich mache jetzt keine Mode-Shows mehr im Kumpark. Dafür hast du neue Freunde geworden in der Buchbranche. Ja, genau. Hoffentlich. Magst du uns denn direkt etwas auf Danish vorlesen? Ich muss sagen, ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Ich lese dann auf Deutsch. Also, gestern, als wir diese erste Lesung gemacht haben, ist mir wieder aufgefallen, wie hart der Prolog eigentlich ist. Der ist ein bisschen hart. Nicht so zum Lesen, aber zum Vorlesen. Das heißt, entschuldige bitte, aber ja. So ist das Leben. So ist das Leben, ja. Man muss ein bisschen... Ja, ja, geht schon. Wunderbar. Ja, genau. Das Buch ist so erschienen. Ich kann es nicht mehr ändern. Will ich auch nicht. Aber ich denke mir auch, oder? Also, Krimi-Leser, wir sind nicht... Wie sagen wir? Saat. Saat kann man schon sagen. Saat. Wir sind nicht so saat, oder? Sie können schon was ertragen, oder? Ja. Also, Sie haben ja auch wahrscheinlich viele, die dänische Krimis mögen. Die haben wahrscheinlich Ossiat Lausen gelesen oder Hanedale. Also, da... Das ist viel schlimmer als ich. Allerdings schreibe ich auch ab und zu, nicht viel, aber ab und zu ein wenig über Sex. Und... Und... Ja... Uh... Und tatsächlich fängt diese Brand mit. Also alle Ihre Kinder mit haben jetzt einmal die Ordnung zu haben. Genau. So ist es. Der Leila støttede hænderne op af Toilettenhusses rå murstensvæg og spredte benene, så kunden bag hende kunne komme til. Han var lavere end hendes højhalede 180 cm og ikke særlig velobustet. Han havde svært ved at få den ind, greb fat i hendes nakke og hæv hende nedad, så han kunne komme til. Hun var ikke urolig. Hvis han blev for voldsom, ville Hils Alfons komme løbet fra sin udkingspost ved smedjertrænet og stoppe ham. Hun frøs. Faktisk havde hun frussel hver dag, siden hun kom hertil for snart et år siden. Sommer, vinter... Hun kunne stort set ikke mærke forskellen, når vinden strøg op under dynejakken til de bare låg. Men lige nu var det værre end det plejede hun. Denne januar måned var historisk kom. Isvinter, kaldte de det. Is helvede, var ordet, hvis man spurgte hende. Det var der ingen, der gjorde. Udenpå kenderne blev tør, og øjnene løb i vand. Men det knagede så fint, når hun gik op og ned af Skelbækgade, og kulden holdt parkerne øde om landen, så hun kunne betjene sine kunder i fred. Alles midt gekrigt? Ja, klar. Jeg kan det parallelt. Så er jeg direkte, at det er på deutsch læsning? Bitte. For look. Die Leila støtte sich mit den Händen an der rauen Backsteinmauer des Toilettenhäuschens ab, damit der Kunde sie besser von hinten nehmen konnte. Mit ihren hochhackigen 1,80 war sie wesentlich größer als er. Außerdem war er nicht sonderlich gut ausgestattet. Er hatte keinen richtigen Steifen. Ungeduldig packte er sie im Nacken und stieß ihn nach unten. Angst hatte sie nicht. Sollte er gewalttätig werden, würde ihr Zuhälter ihn aufhalten. Er beobachtete sie von seinem Posten am schmiedeisernen Zaun. Sie froh. Wie jeden Tag, seit sie vor bald einem Jahr hierher gekommen war. Sommers wie Winters. Heute war es jedoch schlimmer als sonst. Der Wind strich ihr um die nackten Schenkel und drang unter die Daunenjacke. Dieser Januar war einer der kältesten seit Menschengedenken. Eishölle hätte sie es genannt, wenn sie gefragt worden wäre. Aber es fragte sie niemand. Die Eisschicht auf dem Gehsteig knackte bei jedem Schritt, wenn sie tagsüber auf der Skelbeckskel auf und ab ging. Immerhin trieb sich bei der Kälte auch niemand in den Parks herum. Und sie konnte in Ruhe ihre Kunden bedienen. Wie gesagt, wir fangen nicht vorsichtig an. Aber sie sind noch da. Es beruhigt mich ein wenig. Möchtest du noch auf Dienisch weiterlesen? Soll ich auf Deutsch weiterlesen? Ja, auf Deutsch, oder? Na klar. Sie beugte sich weiter vor, summte vor sich hin und überlegte, was sie ihrem Sohn zum Geburtstag schicken könnte. Vielleicht ein rotes Auto mit Fernsteuerung. Das würde ihm gefallen. Inzwischen bummste der Mann sie entschlossen und gab dazu grunzende Laute von sich. Die Leila legte den Kopf in den Nacken und sah ein Stückchen des Nachthimmels. Da war er. Derselbe Mond, den man in Ghana sehen konnte. Dieselbe Sehnsucht. Es fehlte nur noch wenig zum Vollmond. Sie bemerkte den Penner erst, als ihr Kunde plötzlich anfing zu brüllen. Hau ab! Du stinkst nach Pisse. Er schlug nach dem Mann, ohne von ihr abzulassen. Der Obdachlose stand direkt neben ihm und schwankte bedrohlich. Er sah ordentlicher aus als die meisten Penner. Aber sogar in der Dunkelheit konnte sie erkennen, dass er bleich war. Drogensüchtig. Auch bei noch so großen Mengen Alkohol bekam er nicht diesen dumpfen Blick. Hilfe! Er flüsterte das Wort so heiser, dass es bei nahem Stöhnen ihres Kunden unterging. Doch wenn es ein Wort gab, das sie in allen Sprachen und Lautstärken verstand, dann dieses. Sie sah den Obdachlosen fragend an. Aber er schien sie nicht zu sehen. Er öffnete nur den Mund, als wollte er noch etwas sagen. Dann verdrehte er die Augen und ruderte mit den Armen ein trockenes Röcheln in vor seinem weit aufgerissenen Mund. Er wirkte heftig und übergab sich. Das Erbrochene war dunkel und stank. Zwischen zwei Krämpfen öffnete er den Mund zu einem lautlosen Schrei an den Mond. Seine Zunge war blutig, das Fleisch der Mundhülle zerfressen wie geschmolzen. Er ging in die Knie und fiel in den Schnee. Tief unter ihm war das elektrische Kreischen einer S-Bahn zu hören. Ihr Kunde zog die Hose hoch und lief auf das Tor zu Nerval Gail zu. Hey, you didn't pay man! Die Leila schrie vor allem, damit ihr Zuhälter sie hörte. Er würde schon für ihre Bezahlung sorgen, bevor der Mann mit eiskalten Hoden und brühwarmen Lügen gestichten in seinem Familienwagen in eine der Vorstädte nach Hause fuhr. Sie fischte ein Feuchttuch aus der Packung und wischte die Gleitcreme von dem Pobacken, bevor sie sich neben den Obdachlosen hockte und ihn schüttelte. »Yo, your brother, are you okay?« Bei dem Gestank und dem Anblick seines zerpfetzten Mundes wurde er übel. »You're gonna freeze to death, man!« Keine Reaktion. Sie sah sich um, bemerkte aber niemanden. Nicht einmal den Schatten, der wenige Meter entfernt in der Dunkelheit der Büsche stand und sie beobachtete, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Das Mondlicht schien klar und kalt auf den Schnee. Sie beugte sich über die Gestalt, griff zu und drehte ihn um, hob vorsichtig einen Zipfel seiner Jacke und steckte die Hand hinein. Eine Brieftasche mit einer erstaunlichen Summe an Bargeld, soweit sie es urteilen konnte. Sie überprämpfte sein Handgeleck und befreit ihn von einer überraschend eleganten Armbanduhr. Dann schob sie die Schätze in ihr Höschen, schloss den Reißverschluss ihrer Daunenjacke und ging mit raschen Schritten auf die Straßenlaterne zu. So fängt es an. Dein Prolog ist, wie du schon gesagt hast, sehr intensiv in vielerlei Hinsicht. Aber auch da spielt schon eine große Symbolik eine Rolle. Der Blutmond, der Mond, der blutige Mond. Magst du uns was? Du widmest das Buch auch unter anderem dem Mann der Mond. Magst du uns etwas über diese Symbolik verraten, die du da gewählt hast? Ja, also es hat mehrere Erklärungen. Ich fand dieses Bild vom Blutmund sehr, sehr schön. Der Blutmund ist traditionellerweise als einen Omen gesehen. Das heißt, er steht für Tod und Wiedergeburt. Und dieses Bild konnte ich sehr gut gebrauchen mit der Geschichte. Und das heißt, diese Geschichte spielt sich in den letzten Tagen vor dem Blutmund. Dazu kommt es, dass ich das Buch geschrieben habe in einer Zeit, wo ich Trauer gehabt habe über den Tod meines Vaters. Und der war ein Mondmensch. Das haben wir immer gesagt. Deswegen habe ich die Widmung auch für meinen Vater, der Mann im Mond. Der war irgendwie so ein Mondmensch. Das heißt, wie sagt man? Entweder war er fliegend, glücklich, konnte alles oder völlig weg und tief und deprimiert. Also so ein bisschen, ja, manio-depressiv, bipolar. Und ich habe ihn immer Mondmann genannt. Und als er gestorben ist, war tatsächlich ein Vollmond auf dem Himmel. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, immer noch jetzt, nach ein paar Jahren, dass, wenn es Vollmond gibt, kann ich mit meinem Vater kommunizieren ein bisschen. Und als dieses Buch dann auch so ein Thema von Trauer in sich hat und Verlust, hat diesem Blutmond ziemlich gut dazu gepasst. Für mich zumindest. Du hast ja immer sehr wunderbar, klangvolle, poetische Titel für deine, in Dänemark sind es ja schon drei Krimis. Krokodilwächter. Ich weiß noch, als das Buch herauskam und ich davon gehört habe, da wusste ich nicht, ob es ein Krimi ist, was es ist. Aber das Wort hat mich nicht losgelassen. Krokodilwächter. Da wusste ich schon, ich möchte wissen, was ist das für ein Buch? Worum geht es? Ich will es lesen. Das dritte Buch, das darf ich wahrscheinlich verraten, heißt es Glaswinge. Auf Deutsch Glasflügel. Ja, wahrscheinlich wird es was anderes heißen, also irgendetwas Schmetterling, Glas Schmetterling wahrscheinlich. Glas Schmetterling, ja. Wir wissen es noch nicht. Wir sind gespannt. Ich werde bei Diogenes mal anfragen. Ja. Aber wie kommt es, hast du, wählst du die Titel selbst und wie kommt es, hast du schon immer so einen Hang zu poetischer Sprache, dass du da diese prägnanten Titel, die Lust auf das Buch machen, die so viel mit sich bringen? Also ich muss sagen, für mich sind die Titel sehr, sehr wichtig, auch während des Schreiben. Also sie müssen von der Geschichte ausspringen, sie müssen ganz viel damit zu tun haben. Und wenn man als Leser auch einen kleinen Gespür für die Geschichte schon am Titel kriegt, dann ist es gelungen. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig, im Moment, wo ich am vierten Bann bin, streite ich mich unheimlich mit meiner dänischen Verlegerin über den Titel. Das ist wirklich, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Bei Krokodilwächter war das ja auch so. In Dänemark hat mir mein alten Verlag gesagt, das fliegt nicht. Also das ist nicht kommerziell genug. Man versteht nicht, dass es ein Krimi ist und überhaupt. Und da bin ich stur geworden und habe gesagt, also wenn ich dann nur 100 Leser kriege, die dann den Titel verstehen, dann bin ich zufrieden. Und es hat schon geklappt. Das heißt, jetzt traut der Verleger sich auch nicht mehr, was zu sagen? Nein. Doch, dafür schreiten sie ja immer noch. Aber so soll es auch sein. Magst du noch eine kleine Stelle anlesen, wo man vielleicht deine beiden Kommissare kennenlernt? Gerne. Wenn es für ihn nicht langweilig wird, oder? Nein? Ich glaube, wir haben hier in Deutschland, das ist Seite 20, da... Ja, Kathrine, also ich habe das Buch nicht geschrieben. Das hoffe ich, ja. Wir reden von Poesie und Trauer und alles, was wir lesen, ist ja... Leck mich, ja. Tut mir leid. Jetzt ganz rot. Also, auf Dänisch werden Sie jetzt lernen, ja? Läck mich heißt... Der Dänisch kurs ist gratis, also da müssen Sie nicht draufzahlen. Ja, ja. Hört dazu. Also, eins, zwei, drei. Rann mal. Rann. Rann. Politiassistent Annette Werner so på sit Uhr und übervejede igen, dass sie wieder ausgespielt haben. Klokken var otte, og hun hadde at komme for sent. Hun havde i forvejen været bagud hele morgenen, var vågnet med Svens insisterende morgenereaktion mod sine baller, og havde dårligt nået et ordentligt bad end at sige morgenmad, inden hun kom ud af døren. Men det kunne ikke vente længere. Hun stillede p-skiven, smækkede bildøren bag sig og gik ind på Steno-appoteket. Der var ualmindeligt affolket indenfor. Annette skyndte sig op til kassen. Dag, jeg skal bruge en blodtryksmåler. Har du taget et nummer? Damen bag skranken så stramt på hende gennem kraftige brilleglas og fortsatte den udskrivning af etiketter, hun var i gang med. Her er jo ikke nogen, indvendte Annette. Det er procedure. Annette gik tilbage til indgangen, trykkede på nummerknappen og tog lappen med tilbage til kassen. Her. Jeg skal først kalde dig op, hvis du er venlig lige at træde en skridt tilbage og holde øje med nummerne på den digitale tavle. Tak. Annette kunne mærke, at sit hjerte accelererer. Hvis ikke fru Farmer Søvd snart fik fingeren ud, ville Annette personligt probbe printeren så langt op i hendes stramme apothekerråv, at hun skridt etiketter hele ugen. Ja. Wir haben uns nur Lesestellen ausgesucht, die irgendwie so ein bisschen provozierend sind. Also ich muss dazu sagen, mir wurden Sie von deinem deutschen bzw. Schweizer Verlag zugeteilt. Ich habe sie nicht ausgesucht. Ich weiß. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich auch. Kann ich nicht. Also. Wir haben gelernt. Leck mich. Die Polizeiassistentin Annette Werner sah auf ihre Uhr und überlegte, das Projekt zu verschieben. Es war bereits acht und sie hasste es, zu spät zu kommen. Den ganzen Morgen war sie schon knapp dran. Sie war mit Svens insistierender Morgenerektion an ihrem Hinterteil aufgewacht und hatte kaum Zeit für eine ordentliche Dusche. Geschweige denn ein Frühstück gehabt, bevor sie aus dem Haus kam. Aber sie konnte es nicht länger aufschieben. Annette stellte die Parkscheibe ein, warf die Wagentür hinter sich zu und betrat die Steno-Apotheke. Die Apotheke war ungewöhnlich leer. Sie ging sofort zu einer der Kassen. Und jetzt kommt ein bisschen was über die dänische Kultur in Läden, wenn sie noch so klein sind. Genau. Das sagt ganz, ganz viel über die dänische Kultur, was jetzt kommt. Und das ist wirklich wahr. Das ist eins zu eins so. »Guten Tag. Ich hätte gern ein Blutdruckmessgerät. Haben Sie eine Nummer gezogen?« Die Frau hinter der Theke sah sie durch ihre kräftigen Brillengläser streng an und druckte weiter Etiketten aus. »Aber hier ist doch sonst niemand.« »So wird es bei uns aber gemacht.« Annette ging zum Eingang, zog eine Nummer aus dem Apparat und ging mit dem Zettel zurück zur Kasse. »Hier. Ich muss sie erst aufrufen. Wenn Sie bitte einen Schritt zurücktreten und auf die Nummern an der digitalen Anzeige achten würden, danke.« Annette spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. »Wenn Frau Apothekerin sie nicht bald bediente, würde sie ihr persönlich den Nummerndrucker so tief in ihren strammen Apothekerinnen in den Arsch schieben, dass sie die ganze Woche Zettelchen schießt.« Nach einer vollen Minute drückte die Apothekerin Annettes Nummer und sie durfte 499,95 dänische Kronen für ein vollautomatisches elektrisches Blutdruckmessgerät mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung bezahlen. Die Ermahnung, ihren Hausarzt zu konsultieren, erhielt sie gratis dazu. Als Annette die Apotheke verließ, war ihr Blutdruck so hoch, dass sie im Auto fünf Minuten still sitzen musste, bevor sie es wagte, den Apparat auszuprobieren. Füße parallel stellen, Arme locker lassen. Kein Stress. Die Manschette entleerte sich und sie schielte auf das Display der Maschine. 172 zu 118. Das war eindeutig zu hoch. Ihr Hausarzt hatte sie stets mit der Versicherung nach Hause geschickt, dass sie stark wie ein Bär sei, aber jetzt? Jetzt würde er sie nicht einfach mit einem Klaps auf die Schulter aus der Praxis entlassen. Annette legte das Messgerät zurück in den Kasten. Vorerst musste es im Auto bleiben. Das Handschuhfach war gerade groß genug. Außer Atem und mit hochhoten Wangen stürzte sie kurz darauf in das Büro, dass sie sich mit Jeppe Körner im Polizeipräsidium teilte. Der dunkle, hohe Korridor, der die Büros der Abteilung für Gewaltkriminalität, Sektion 1, gemeinhin Mordkommission genannt, miteinander verbannt, war verlassen und still, leer wie ein russisches Winterpalais und tatsächlich auch ebenso kalt. Ich wusste gar nicht, dass wir erst im Laufe des Vormittags zum Dienst antreten müssen. Ist das so eine Art Schichtwechsel, von dem ich nichts mitbekommen habe? Wenn das ein Witz sein sollte, war er nicht lustig. Nach seinem ewig langen Urlaub musste Jeppe sie jedenfalls sicher nicht maßregeln. Wenn du so pünktlich hier warst, hättest du uns wenigstens ein Croissant zum Frühstück mitbringen können. Annette knöpfte ihren Cardigan auf und konstatierte dann, dass es zu kalt war, um so da zu sitzen. Ich hatte unterwegs noch etwas zu erledigen und ja, ich hatte einen guten Morgen, danke der Nachfrage. Ich habe nicht gefragt. Eben. Annette blickt auf das alte Quecksilberthermometer an der Wand, 15 Grad. Jeppe schien das nicht zu stören. Sie ging in die Hocke und fummelte am Halskörper. Im Übrigen ist das keine gute Idee mit den Croissants, Annette. Das ist nicht gut für uns. Nicht gut für mich, meinst du wohl? Annette hob den Kopf und blickte ihren Partner mürrisch an. An manchen Tagen war sein erhobener Zeigefinger einfach unerträglich. Weißes Mehl ist einfach ungesund. Liest du denn keine Zeitung? Jeppe bürstete unsichtbare Partikel von seinem Pullover und inspizierte seine Handflächen. Oh, um Gottes Willen, komm mir jetzt nicht wieder mit deiner Ernährungspredigt, Jeppe. Ich bitte dich. Es ist schon straf genug, dass ich den ganzen Tag mit dir in diesem Büro eingesperrt bin. Sie richtete sich wieder auf und schaltete ihren Computer ein, um Polsars zu starten. Das veraltete Betriebssystem der Polizei. Ich gehe kurz in die Küche. Ich sterbe vor Hunger. Im Kühlschrank fand sie eine Packung Toast und Salami und schmierte sich ein paar Brote. Für Jeppe war es leicht, schlank zu bleiben, wenn man mit einer 24-jährigen Veganerin in Australien herumzog und sich nur von Luft und Liebe ernährte. Als sie zurückkam, hatte Jeppe die Hände hinter dem Kopf verschränkt und die Füße auf den Stubtisch gelegt. Ernette ließ sich auf ihren Stuhl fallen und balancierte dabei auf jeder Hand ein Salamibrot. Eine Scheibe fiel auf den Tisch. Ernette hob sie rasch auf und stopfte sie sich in den Mund. Jeppe wandte den Blick ab. Da du die morgendliche Besprechung verpasst hast, weißt du vermutlich nichts über den toten Obdachlosen von heute Nacht. Nein, was ist passiert? Ernette schob ihren Bissen in die Backentasche, um artikulierter zu kriegen. Ein Samstagsopfer? Es war zwar Donnerstag, doch sie bezog sich auf die damit verbundenen Wochenendsäufer, von denen im Winter immer mal wieder einer draußen in der Kälte erfuhr. Tja, sieht so aus. Ich hab's mir angesehen, aber Nebo meinte, es ist nichts für uns. Heute Nacht? Wo? Im Örstischpark, auf dem Spielplatz an der Fahremarkstelle. Die Tür wurde geöffnet und die Polizeikommissarin steckte ihren Kopf herein. Geht es einigermaßen mit der Temperatur? Ernette ließ ein Prrrr hören. Ja, schon ziemlich übel. Körner, kommst du mal bitte in mein Büro? Die Polizeikommissarin schloss die Tür, ohne eine Antwort abzuwarten. Jeppe und Ernette sahen sich an. Was sie wohl will? Jeppe stand auf. Hoffentlich etwas, das uns hier rausbringt. Ernette erhob sich ebenfalls und ging auf die Tür zu. Ich muss noch einmal für kleine Mädchen, da bin ich bereit, sofort loszustürmen. Sie tat, als ziehe sie an einem Truckerhorn und gab einen Tuten von sich. Jeppe schien sich zu überlegen, ob er die Flucht ergreifen sollte, bevor sie zurückkam. Ja, sie ist keine elegante Frau, also sie ist... Genau, das war jetzt meine nächste Frage. Anhand dieser Stelle magst du uns ein bisschen was über Jeppe und Ernette erzählen und über ihr Miteinander, wo sie sich ergänzen, wo sie gut miteinander harmonieren und wo es auch... Ja, also gut, Dianette Werner ist eine handfeste Frau, die weiß, was sie will und bestimmt auch, was sie nicht will und sie macht nur das, woran sie glaubt und so ist es immer gewesen. Und sie ist seit mehr als 20 Jahren mit dem Sven glücklich zusammen verheiratet und sie ist so eine Frau, die nicht zweifelt. Sie kennen bestimmt auch solche Menschen, die durch das Leben einfach locker spazieren, ohne je zu zweifeln. Aber sie zweifelt sehr, sehr wenig. Sie hat einfach so eine gewisse Durchschlagspower immer. Und im Moment, wie wir gerade gehört haben, hat sie aber ein bisschen Probleme mit der Gesundheit. Und sie ist ja auch nicht sehr gesund und ist auch ein bisschen zu dick geworden. Und der Jeppe im Gegensatz, der ist so mein einfühlsamer, intuitiv nachspürender Ermittler. Und diejenigen, die ihn vom Krokodilworter kennen, wissen schon, dass er getrennt worden ist und eine sehr große Lebenskrise gehabt hat. Jetzt geht es ihm mittlerweile besser. Der war auf einer längeren Reise und hat eine 24-jährige Dänin dort auf dieser Reise getroffen. Die ist jung und wild und idealistisch. Die ist auch Veganer. Und der Jeppe denkt sich, also mit der wird alles toll und frei und ich werde es einfach genießen mit dieser Freundin. Aber sie nervt ihn dann trotzdem ein bisschen und es wird nicht so ganz so frei und wild, wie er sich gedacht hat. Und ja, der zweifelt dann halt immer an alles, auch an ihr. Ich möchte, damit wir dann ein bisschen über die Mordmethodik auch sprechen können und den wunderschönen Begriff Kopenhagen-Moor und den dänischen Humor gerne kurz, das ist nur anderthalb Seiten, meine Lieblingsszene vorlesen. Da lernt ihr dann nämlich auch Kätrines ganz speziellen Humor kennen, der einzigartig ist, aber auch ein bisschen typisch dänisch, kann ich sagen. Es war überhaupt nicht schwer. Hauptsache, man wusste, wie es ging. Ein halber Liter Abflussreiniger in einer neutralen Wasserflasche ist ebenso wenig eine Mordwaffe wie eine Nagelfeile oder eine Schachtel Kopfschmerztabletten. Abgesehen davon, dass es sich tatsächlich um eine Mordwaffe handelte, in den richtigen Händen war die unschuldige Flasche tödlich, schmerzhaft und tödlich. Langsam füllte sich die Bar des Hotel Nimm. Drinks und Wangenküsse, der Modeschöpfer Rolf Tucklum empfing seine Gäste in einer Smokingjacke aus der eigenen Kollektion. Er küsste, blinzelte und lächelte herzlich. Der wichtigste Teil einer Modenschau spielte sich ab, bevor die eigentliche Show beginnt. Das galt heute mehr als je zuvor. Aufblitzender Schmuck und blanke Lippen, Gelächter und fröhliche Hufe des Wiedersehens. In den großen Barbereich strömten schöne Menschen mit teuren Taschen, die diskret nachsahen, wo sie platziert waren und wer noch geladen war. Und mit einem Mal war sie da. Bekleidet mit einem Hosenrock aus roter Seide und einem so komischen Hut, dass er ultramodern sein musste. Lächelnd, küssend, charmant. Allerdings durfte man sich nicht auf sie einlassen. Christe Toft war von einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit. Sie wurde von zwei Frauen begleitet, die für ihre kurzen Röcke und flirtenden Blicke zu alt waren. Hysterisch, lachend, lächerlich betrunken. Sie kippten ihre Drinks, zeigten sich Fotos von kleinen, fetten Babys und legten abwechselnd die Köpfe in den Nacken, um in lautstarkes, gekünsteltes Gelächter auszubrechen. Rolf Toglum gesellte sich zu ihnen und lachte mit, während er so tat, als würden ihn ihre Babygeschichten interessieren. Christe leerte ihr Glas und suchte einen Platz, um es abzustellen. Nun würde es nicht mehr lange dauern. Eine Runde im Raum, nur um sich die Zeit zu vertreiben. Statt Sekunden Schritte zählen. Ein Schritt, fünf, zehn, fünfundzwanzig, dann kam der Schrei. Christe Toft sank direkt vor Rolf Toglum auf die Knie. Ihr Glas zerbrach am Boden. Aus der Handtasche rollten Puderdose und Lippenstift zwischen Stilettos und Designerturnschulen. Was ist los? Was fehlt ihr denn? Ihr Jammern hielt an und entwickelte sich zu einem Schmerzensschrei, der sämtliche Gespräche verstummen ließ. Allerdings nur für einen Moment. Dann brach das Chaos los. Alle liefen und redeten durcheinander, holten Wasser und versuchten zu helfen. Sie lag auf den Knien, die Hände am Mund, wie bei einem Gebet. Aber es war zu spät. Die basische Flüssigkeit war durch ihre Speiseröhre gelaufen, zersetzte nun die Magenwände und gelangte in die Blutbahn, um ihre Existenz von innen aufzufressen, so wie sie die Existenz anderer vernichtet hatte. Christe Toft fiel auf die Seite. Sie blutete aus dem Mund. Die hellen Holzdielen der Bar saugten das Blut auf. Die Leute wichen zur Seite, machten Platz für den Arzt mit der Tasche. Das vereinzelte Murmeln verstummte, als die Rettungssanitäter sie auf eine Bahre legten und zum Ausgang trugen. Zwei am Boden, zwei, die noch blieben. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen was über deine Mordmethodik gelernt. Und ich muss sagen, so ungewöhnlich wie das Setting in der Modebranche, genauso ungewöhnlich ist auch die Mordmethodik. Vergiftung, das kennen wir alle aus der großen Agatha Christie Ära. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren wurde es doch sehr verdrängt von anderen Mordmethoden. Stimmt. Wie kamst du ausgerechnet darauf? Also, ich bin ja immer auf der Suche, neue Methoden Leute umbringen zu können. Also, ich finde, wenn man in dieser Genre schreibt, dann muss man die Ambition haben, was Originales darzustellen. Denn es gibt so viele Krimis schon. Und man kann ja nichts Neues erfinden, aber man muss trotzdem versuchen. Und mein Mann kocht. Und es gibt bei uns so Industrieofen, die mit einem ganz, ganz krassen Reinigungsmittel gereinigt wird. Und wir haben einen Sohn und ich habe meinen Mann vor drei Jahren gefragt, also was ist mit diesem Reinigungsmittel? Ist ja gefährlich und es steht so auf dem Boden und was ist mit unserem Sohn? Und da habe ich mir gedacht, das könnte ich ja vielleicht gebrauchen. Das Problem ist aber, es riecht ja furchtbar und es schmeckt auch am meisten sehr schlimm. Plus, wenn man was Acidic, Säure, wenn man Säure einnimmt, wird man oft gerettet. Kann man Milch trinken und ausspülen und so. Wenn man aber etwas trinken könnte, was nicht riecht, nicht schmeckt und was basisch ist, dann kann man diesen Prozess, was anfängt, nicht reversieren, sondern umdrehen. Dann kann man es nicht bremsen. Und man weiß zuerst nach ein oder zwei Tagen, ob derjenige, der es getrunken hat, überlebt oder nicht oft. Das heißt, die perfekte Mordwaffe. Man kann es in jeder Drogerei für zwei Euro, kann man so eine Flasche kaufen. Haben wir schon gesagt, was es ist? Sollen wir es verraten oder nicht? Das darfst du entscheiden. Nicht verraten. Ich glaube, wir sind viele verheiratete Paare, wir verraten das Leben. Ja, zu gefährlich. Wir wollen, dass sie alle noch glücklich verheiratet bleiben. Genau. Aber es hat mich so inspiriert, dass ich diese zugängliche Mordwaffe erfunden hatte. Ich weiß noch nicht, ob es jemand zuvor gebraucht und verwendet hat, aber ich glaube nicht. Das zweite Problem war dann, was passiert, wenn man diese Flüssigkeit trinkt? Ich konnte es ja nicht selber ausprobieren. Da habe ich mich nicht getraut. Und ich habe tatsächlich den Fabrikanten angerufen, um danach zu fragen. Und das Gespräch war nicht sehr gelungen. Kann ich Ihnen verraten. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne wissen, wie ich mit diesen Reinigungsmitteln jemanden umbringen könnte. Das kann ich nicht empfehlen, so einen Anruf zu machen. Ich habe aber tatsächlich dann mit der Zeit Kontakt bekommen zu Ärzten, die dann eine gewisse Erfahrung mit dieser Substanz hatten. Und da bin ich kluger geworden und weiß deswegen genau, was passiert, wenn man sowas trinkt und wie viel man trinken muss und was dann los ist. Und das hat mich sehr gefreut. Also uns als Leser auch. Hoffentlich. Wir wissen inzwischen alle, die Dännen gelten als das glücklichste Volk der Welt. Alle sprechen über Höcke. Wir wissen jetzt schon aus den paar Ausschnitten, es ist nicht alles Höcke im Staate Dänemark. Ihr habt auch eine große Tradition der Krimi-Autoren, Thriller-Autoren, sehr grausame Autoren. Wie passt das zusammen? Habt ihr, ist das etwas, was mit eurem, ich finde ja immer euer Humor ist ein bisschen dunkel, ein bisschen morbide? Echt? Kann schon sein. Und ich glaube, es gehört genau zusammen. Also wenn man sich in seinem Leben wohlfühlt und geborgen und zufrieden, dann braucht man diese Gefahr ein bisschen spüren, oder? Also kann man dann Bungee-Jumps machen oder Krimis halt lesen oder angucken. Und das ist ja genau das, was wir alle machen. Diese Spannung, diese kleine Angst tut, dass wir das Leben merken können. Also wenn es zu komfortabel wird, dann spüren wir uns nicht mehr so. Und diese, ja, also zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin kein Fan von True Crime. Ich weiß, dass es ziemlich populär ist. Ich habe kein Bedürfnis dafür. Ich will nur mit der Spannung in Fiktion umgehen. Also ich finde, so richtige Serienmörder ist nichts für mich. Also ich stehe so nicht auf Gewalt und Mord. Nur mit diesem Gespür, also das ist halt dieses Gefühl, diese Spannung. Und es muss am liebsten für mich kostenlos sein. Das heißt, keine richtigen Opfer, nur im Kopf, dann spüre ich halt, dass ich lebe irgendwie. Entweder das oder eben Bungee-Jump. Und da traue ich mich nicht. Das heißt, für mich ist es Krimi. Also ich bleibe auch lieber bei deinen Krimis. Freut mich. Kopenhagen ist eine wunderschöne Stadt. Sie ist sehr hell, entspannt. Man kann wunderbar nühaunen, flanieren. Softer ist mit Lakritz-Streuseln essen. An einem Pösebar und einem Hamburger oder einem Hotdog holen. Ein kühles Karlsberg trinken und die Schiffe beobachten. Aber trotzdem gibt es eine wunderbar düstere Seite, die du wie keine andere hervorbringen kannst. Wie hast du da recherchiert? Ich bin ja in Kopenhagen geboren. Ich kenne die Stadt ziemlich gut. Und das heißt, ich kenne die dunklen Ecken auch schon seit ewig. Und die dunklen Ecken und die schräge Charaktere, die auch in Kopenhagen sind, das sind ja die Faktoren, die Kopenhagen richtig interessant machen. Denn ohne die Dunkelheit wird alles ja zu einfach und langweilig. Also glückliche Menschen sind ja eigentlich sehr langweilig. Ich würde auch nie darüber schreiben können. Ja, es ist ja schön. Wie geht's dir? Gut? Okay. Dann kommt man irgendwie nicht weiter. Also das heißt, wir brauchen diese Dunkelheit. Und es gibt in Kopenhagen eine ganz vielschichtige Stadt. Auch weil die sehr alt ist. Das ist ja eine mittelalter Stadt. Und oft verbrannt und dann auf die Ruinen wieder aufgebaut. Und das heißt, es gibt auch richtige Schichten. Und ich entdecke immer was Neues. Also letztens habe ich eine Kolonie von Obdachlosens beim Hauptbahnhof entdeckt. Unter die Erde gibt es so eine Art Labyrinthe, alte Labyrinthe. Und man kann auf dem Paron stehen. Also bei den Zügen. Auf dem Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig. Genau. Auf dem Bahnsteig stehen. Auf dem Bahnsteig. Und diesen Eingang sehen, wo die Obdachlosen es reinklettern, runter und da wohnen sie. Und das habe ich nie gewusst. Also ich bin auf dem Bahnsteig 10.000 Mal gewesen. Und plötzlich entdecke ich etwas Neues. Und das passiert oft im Kopenhagen. Und da ist gleich dein Krimiherz angegangen und du hast gedacht, ah, dieses Labyrinth. Genau. Eigentlich, also ich muss sagen, für mich ist die Stadt, wo ich wohne, nicht nur ein Rahmen für meine Geschichten, sondern wirklich eine Art Hauptperson. Und ganz viel von meiner Inspiration zu der Geschichte und zum Plot kommt von diesen dunklen Ecken. Also entsteht einfach etwas davon. Im Blutmond, man sieht es vielleicht ein bisschen schlecht, aber trotzdem, dieses Observatorium auf dem dänischen Koffer, man sieht es nicht so gut, aber dieses Observatorium liegt ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Und ich bin da, also ich laufe da fast jeden Tag vorbei. Man kommt da nicht rein. Es ist nicht zugänglich für die Offenlichkeit. Und ich habe mir immer dieses Observatorium angeguckt und gedacht, das sieht so spannend aus, was ist da los? Und da bin ich, irgendwann mal habe ich da angerufen und gesagt, ja, also ich bin Schriftstellerin, bla bla bla, darf ich kommen? Und dieses Gespräch ist dann ein bisschen besser gelaufen. Und ich bin da eingeladen und zum ersten Mal meines Lebens eingekommen und habe diesen wunderschönen Raum, schönes Raum gesehen. Also es ist ja eine richtige Observatorie-Kuppel mit Sternen, wie sagt man? Planetarium, mit einer Sternkuppel? Ja genau, Planetarium. Achso, Planetarium. Mit Sternen, zum Gucken. Teleskop? Sternenteleskop, danke. Aber also von 1820 und alles voller Staub und wir haben nicht mehr gebraucht, das war so atmosphärisch und ich habe mir gedacht, ach toll. Und da sind wir rausgegangen und es liegt ja natürlich auf so einem Hügel und sind wir rausgelaufen und da habe ich eine Tür entdeckt, im Hügel drin, so eine Metalltür. Da habe ich den Leuten da gefragt, was ist denn da? Die sind da, das ist gar nicht interessant, das ist unser Heizungskeller. Darf ich das mal angucken? Bitte? Und da bin ich in einem Hitchcock-Film eingestiegen. Also und diese Stelle ist unter einem Kilometer von meinem Zuhause und wie gesagt, ich laufe da jeden Tag vorbei und es ist wie so Geheimnisse in meiner eigenen Stadt. Und das, also ich fühle mich ja ein bisschen wie ein Detektiv, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich die Inspiration für neue Geschichten suche. Vielen Dank. Hast du denn für uns alle, jeder sollte nach Kopenhagen reisen, das ist ja wohl klar, ein Geheimtipp? Dein Lieblingswohlfühlort? Es gibt so viele, also ja doch, doch, ich würde sagen, wenn Sie nach Kopenhagen kommen, diesen Sommer, werden wir jetzt abmachen, wir sehen uns in Kopenhagen diesen Sommer, unbedingt, unbedingt durch den Hafen in ein Boot ein bisschen umsiedeln. Man kann ja diese, wie sagt man, so große Kanalrundfahrt machen. Noch besser gibt es aber zum Mieten kleinere Boote. Und da kann man, also, nein, 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 also mit Motor, man muss nicht radeln. Da kann man zu viert oder zu fünft in so einem Boot durch die Kanale durch Kopenhagener Innenstadt rumsegeln und alles vom Wasser sehen. Und es ist ja ein Hafenstadt, genauso wie zum Beispiel Hamburg. Und es ist, es ist eine wunderschöne Stadt, aber vom Meer die Stadt anzugucken, wird, also es wird einfach tausendmal schöner. Das kann ich wirklich empfehlen. Dann zu guter Letzt, du schreibst am Band 4, in Dänemark des Land 3 schon erschienen. Ich verrate euch natürlich nichts. Ich kann euch aber empfehlen, Dänisch zu lernen, dann könnt ihr ihn schon lesen. Aber wir dürfen uns neben einem neuen Fall auf eine spektakuläre Mordwaffe freuen. Schon wieder. Also, wenn man sich dann auf Mordwaffen freuen darf. Darfst du uns denn ein ganz klein bisschen über Jeppe und Annette im Band 3 erzählen? Oh, nee. Nee, machen wir nicht. Dann verraten wir ja, was in Band 3 passiert. Das werde ich lieber nicht. Okay. Nee, gut, gut. Nicht spoilern. Ist ja so gefährlich bei Lesungen. Ja, ist so gefährlich bei Lesungen. Man möchte ja immer alles teilen, aber dann doch nicht, oder? Also, auch nicht spoilern. Ja, lieber nicht über Glasweg. Genau. Aber ich kann euch schon verraten, wie gesagt, es ist spektakulär, sehr kreativ, aber zuerst müsst ihr jetzt alle Blutmund lesen und ich kann euch versprechen, auf Lovely Books selbst könnt ihr euch noch bis Sonntag für eine Leserunde bewerben. Da gibt es 30 Exemplare zu gewinnen und Kathrine selbst nimmt an der Leserunde teil. Man kann ihr dort Fragen stellen. Sie wird fast alle Fragen beantworten. Ja, ja, wir sind nicht sart. Ich bin Dänen. Sie könnten ruhig alles. Also, Sie haben ja schon gehört. Ich bin nicht sart. Genau. Kathrine wird nichts lesen, was sie nicht schon kennt. Also, von daher, bewerbt euch auf Lovely Books für die Leserunde. Es gibt 30 Exemplare zu gewinnen. Hier gibt es noch fünf Exemplare, glaube ich, ungefähr zu kaufen. Kathrine sind mir. Ich kann Blutmund jedem empfehlen. Es ist wirklich raffiniert bis zur letzten Seite. Es ist wunderbar detailverliebt. Es ist sehr spannend und mit einem wunderbaren Sprachgefühl. Es macht Spaß zu lesen. Es unterhält es. Und man kann nicht schlafen, bevor man nicht fertig ist. Freut mich, danke. Ihr müsst es alle lesen. Ich kann sagen, mangetag vor dem Besuch. Selbekommen. Jönskadei mange, dalje oblevese, hier in Leipzig, wo wie alle gläderisch alle reden löser, meret da i framthin. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf Blutmund und dass du jetzt noch signierst vielleicht ein bisschen. Vielen Dank.